hey wakusen und kusinen was geht ab hier ist euer daimann mit einer neuen reaction zu die schlechtesten deutschrapline volume 15 von boss explosive ich hoffe ihr mögt so was dass ich darauf reagiere und ich habe die kamera perspektive mal geändert dass ich jetzt bildschirm kleiner habe und die kamera größer wenn ihr es gut findet schreibt es in die kommentare wenn nicht ich ende es wieder um let's go hey nun bleib um barbecue und die zeitung schreiben gar nicht gut ein bleib um barbecue und die zeitung schreiben gar nicht gut gar nicht gut sagen immer die ladies nach ihr wisst schon was bruder aber guck mal diese line ich schwöre dieses lied war pervers hey digga johnny dev war in blau auch dealer doch hinter den kulissen ist er nur schauspieler oder auch der flow von abdi bruder da kann ich gar nichts zu sagen scheiß drauf war geil du bist kein a b c du bist ein z in meinen augen bist du nur ein deb johnny ich verstehe das nicht ob die diese rapper das heutzutage so schnell schreiben oder wenn ihr schreiben checken die nicht ob das wirklich real ist oder nicht meine güte deutscher rap heuchler rap gestern weder sache heute feature wagen aus eurer 2 mazeltorf ein heuchler ein ganz einfacher heuchler hey junge der typ hat es drauf sagt mir was ihr wollt da da nehme ich nichts mehr ernst kollega ist krank meine jungs sind aus der kanalisation kylian mbappé sieht aus wie ein sieht aus wie donatello du machst mich besser wenn jeder mich sonst schlecht macht bist meine bitch meine frau und meine schwester junge fühlst du nicht den weib das ist richtige rednecks vibe ich meine bitch meine oh mein gott in diese in dieses milieu will ich mich nicht begeben das ist mir echt zu hart ja was zum teufel was ist mit dem deutschen rap mal los was los mit dir oder du hast du musst die schläge von einem mut arabischen mutterkassina mit richtige gürtel auf rückchen also wie kacke weiß ich die schläge von einem mutter ja hallo der borsam apparat das handy klingelt und sie fragen nach kollega also die kann ich schon mal ausschließen wie zauntiere kitt scheiße was ne scheiße marjo würde so nie meinen text ähm äh sein äh hochklassigen text sein rappen genauso wie c das ist flacher als die titten der lady bitch rap wir sind hier ja bei den schlechtesten lines johnny und b ich weiß ja nicht das ist ein bisschen zu viel sozialkritik deswegen würde ich sagen wie bei hausärztlichen besuchen sagt sie der ist braun so wie schiffstau was ist noch mal schiffstau alter kein plan meine freunde das ist eine ganz klare sache wie destilliertes wasser johnny chris brown war doch klar sagt sie der ist braun so wie chris brown warum ich noch rap klunker und cash ich wurde entjungfert mit sechs auf wiedersehen dankeschön hakarabe das ist zu hart aber bruder dieser beat und dieser flow von bushidos einzigart ist der ist legendar sahabe muss man ehrlich sagen der ist legendary aber das ist schon fragwürdig diese lines hola dieser der findet immer wieder katastrophen lines ich sag's euch auf jeden fall checkt sein video auf wenn euch meine reaktchen gefallen hat wird mich sehr über ein like und ein abo freuen peace out euer dayman ja ja ja